Nachdem Midjourney ja durch das Chaos auf dem Discord-Server und die jetzt eigentlich immer fälligen Kosten doch nicht für jeden etwas ist, sind viele auf der Suche nach einer guten Alternative. Aber das ist schwierig. Nachdem die Version 5 so gute Bilder macht, wirken DALI oder Stability Fusion dagegen einfach nur schlecht. Es gibt aber eine Bild-KI, die extrem gute Bilder macht, nicht auf einem Discord-Server läuft, sondern eine intuitive Web-App hat und zudem noch kostenlos ist. Dort kann man sogar zwischen verschiedenen spezialisierten Modellen wählen, um super Bilder zu erzeugen. Das einzige Hindernis, es gibt eine Warteliste, da der Andrang auf das Tool so riesig ist, dass das Team im Moment kaum hinterherkommt. Es ist aber einfach, sich einzutragen und dann bekommt man oft ganz schnell auch Zugriff. Alles, was du tun musst, ist zu leonardo.ai im Browser gehen. Dort klicken wir einfach auf den großen Button Get Early Access und tragen unsere E-Mail ein. Wichtig! Diese E-Mail-Adresse wird von Leonardo dann auf eine Whitelist gesetzt und nur mit dieser E-Mail können wir uns dann auch anmelden. Nachdem wir das abgeschickt haben, bekommen wir eine Bestätigungs-E-Mail. Hier können wir uns noch, wenn wir wollen, auf einem Discord-Server anmelden und ein Formular ausfüllen, das den Zugang zur App anscheinend beschleunigt. Ich habe das Ganze gemacht und tatsächlich nur einen Tag später meinen Zugang bekommen. Also, vielleicht ist wirklich was dran. Ansonsten braucht man aber eben ein bisschen mehr Geduld und bekommt hoffentlich trotzdem bald diese E-Mail. You're in! Dann klicken wir nur noch auf den Link zur App und können uns registrieren. Mit dem Link aus der E-Mail kommen wir dann zu dieser Website app.leonardo.ai und können dann auf den Login-Button klicken. Hier ist jetzt ganz wichtig, wir können uns hier nur einloggen oder anmelden, wenn wir diese Bestätigungs-E-Mail bekommen haben. Wenn unsere E-Mail-Adresse also auf eine Whitelist gesetzt wurde, dass wir uns hier registrieren können. Normalerweise landet man standardmäßig auf der Login-Seite. Wenn man den Account noch nicht erstellt hat, dann kann man allerdings einfach hier unten wechseln, indem man auf Sign-Up klickt. Und dann kann man eben den neuen Account erstellen. Wie gesagt, auf jeden Fall mit der E-Mail-Adresse, die man verwendet hat, um sich auf die Warteliste setzen zu lassen. Ich habe jetzt schon einen Account, dementsprechend kann ich die Sign-In-Option wählen. Und nachdem ich mich dann angemeldet habe, landen wir im Dashboard von Leonardo. Das ist dabei egal, ob wir uns gerade angemeldet haben oder uns eingeloggt haben. Das ist dann einfach die Startseite, auf der wir herauskommen. Wenn man das das erste Mal macht, kann es sein, dass man noch ein paar Dinge durchklicken muss. So einen kleinen Setup-Guide habe ich am Anfang auch gemacht. Aber das kann man alles einfach durchklicken. Das hat jetzt keine großartigen Auswirkungen. Und dann können wir im Prinzip direkt loslegen. Wir sehen hier auf der Homepage, dass wir direkt einige Featured Models, also vorgestellte Models haben. Und Leonardo hat eben nicht nur ein Modell, das für alle Bilder erzeugt wird, sondern hat ganz viele verschiedene. Wir sehen hier zum Beispiel das geläufigste, Leonardo Diffusion. Beschreibung ist hier Incredible Shading und Contrast. Und das Ganze soll großartig sein oder gut funktionieren für Fotos und artistische Stile. Und hier kann man dann einfach ein bisschen durchschauen, kann sich durchlesen, was vielleicht interessant für einen ist. Ich finde zum Beispiel dieses Vintage Style Photography Model ganz interessant. Können wir auch gleich zusammen testen. Hier kann man einfach weiter durchklicken und sich verschiedene Modelle anschauen. Einige davon sind von Leonardo selbst, andere sind auch von Usern erstellt. Wir werden am Ende des Videos auch noch ganz kurz darüber sprechen, wie man selbst so ein Modell hier trainieren kann. Unter den verschiedenen Modellen auf der Homepage sind dann neue Kreationen, also einfach so eine Art Top-Liste von der Community, was erstellt worden ist. Das Ganze kennt man aus anderen Bilderzeugungs-AIs auch schon. Man kann das dann zum Beispiel anklicken, um es sich anzuschauen. Man kann den Prompt sehen, also wenn man etwas Ähnliches vielleicht erzeugen möchte. Man sieht, welches Modell verwendet wurde und welche Einstellung. Und dann kann man sich einfach ein bisschen Inspiration holen. Wir wollen jetzt allerdings damit starten, dass wir einmal etwas ganz eigenes generieren und uns anschauen, wie das aussieht. Dazu könnte ich einfach hier links in der Menüleiste unter User Tools auf AI Image Generation gehen und kann dort etwas auswählen. Ich kann allerdings auch einfach hier oben ein Model auswählen und dann mit diesem Modell ein Bild erzeugen. Ich habe ja gerade gesagt, Vintage Style Photography, das sieht ganz interessant aus, habe ich auch selbst noch nicht benutzt. Dementsprechend klicken wir das doch einfach mal an und wählen dann Generate with this Model aus. Und sobald ich das mache, komme ich eben zum AI Generation Tool. Hier sieht man jetzt noch meinen letzten Prompt, den ich da ausprobiert hatte. Aber ich kann jetzt hier einfach etwas Neues eingeben, also oben in die Zeile, wo man das Ganze eingeben muss. Und hier sehe ich, welches Modell wir ausgewählt haben. Man kann dann hier bei manchen noch Leonardo Style oder None auswählen. Leonardo Style, wenn man das hier auswählt, bedeutet einfach, dass die KI so ein bisschen den eigenen Stil mit einfließen lässt. Damit kann man einfach ein bisschen experimentieren. Ich habe es in den meisten Fällen einfach auf None belassen. Außerdem haben wir hier die Option, noch einen negativen Prompt hinzuzufügen. Das wollen wir vielleicht gleich noch kurz zusammen machen. Und ich kann jetzt einfach meinen ersten Prompt formulieren. Das Ganze muss ich dabei auf Englisch aktuell tun. Aber wir könnten ja zum Beispiel mal etwas testen, wie A vintage Porsche sports car on the highway near the ocean, rocky cliffs. Ich könnte jetzt hier noch einen negativen Prompt hinzufügen. Das bedeutet, alles, was ich nicht in meinem Bild haben will, kann ich hier reinschreiben. Ich könnte zum Beispiel mal schreiben, forest, trees oder auch Farben, wie zum Beispiel green. Wenn ich sage, ich möchte das Ganze eher so in einem rauen Küsten-Style haben. Dann kann ich noch, bevor ich das Ganze erzeuge, verschiedene Dinge hier auf der linken Seite festlegen. Ganz wichtiger Hinweis, Leonardo ist auch nicht komplett umsonst. Wir sehen, dass wir hier oben eine gewisse Anzahl von Tokens haben. In meinem Fall für den Demo-Account sind das noch 146, da ich bisher nicht viel gemacht habe. Aktuell bekommt man meines Wissens nach 150 gestellt. Diese werden allerdings alle 24 Stunden erneut. Wenn ich hier auf das Fragezeichen gehe, dann sehe ich in meinem Fall, wird das in 14 Stunden zurückgesetzt. Dann habe ich also wieder 150 zur Verfügung. Für jedes Mal, wenn ich etwas erzeugen möchte, sehe ich auch genau, wie viel das kostet. Also wenn ich das Ganze einfach so erzeuge, dann sehe ich, das wird vier Tokens verbrauchen. Ich kann jetzt allerdings hier noch Einstellungen für meine Bilderzeugung machen. Zum Beispiel sehe ich, dass standardmäßig vier Bilder erzeugt werden. Dementsprechend kostet das auch vier Tokens. Wenn ich hier mehr Bilder haben möchte, zum Beispiel sechs, klicke ich hier einmal an, dann ändert sich das natürlich hier drüben auch. Und in diesem Fall würde ich jetzt sechs Tokens verbrauchen. Stellen wir einmal kurz zurück auf vier. Wir haben dann hier etwas unverständlich, Prompt Magic. Wenn ich mich auf das Fragezeichen bewege, dann sehe ich, das ist eine Beta-Funktion und eine experimentelle Render-Pipeline, die sich vielleicht ein bisschen eher an den Prompt hält, als das die normale Render-Pipeline tut. Aktuell sehen wir, kostet das noch nichts extra. Da ist allerdings mehr Rechenleistung erfordert, wird das sich bald ändern und dann wird das Ganze eben verdoppelt von den Kosten. Wir können außerdem hier die Image-Dimensions verändern, also wie groß unser Bild sein soll. Hier hat man die Option zwischen verschiedenen vorgegebenen Dingen. Man kann allerdings hier das Ganze auch relativ frei erstellen. Dazu muss man sagen, dass die besten Ergebnisse geliefert werden, wenn man sich ein bisschen an die Image-Dimensions, also an die Seitenverhältnisse hält, mit denen die Modelle trainiert worden sind. In diesem Fall sehe ich hier beim Vintage-Style-Photography-Model, dass 768 auf 768, also ein quadratisches Format, verwendet wurde. Und wenn ich mich hier auf das Ausrufezeichen bewege, dann sehe ich auch genau das. Also ich bekomme wahrscheinlich die besten Ergebnisse, wenn ich bei diesem Format bleibe. Dann machen wir das doch auch mal so. Wenn ich dann ein bisschen nach unten scrolle, habe ich noch einige weitere Optionen. Also hier könnten wir ein bestimmtes Seitenverhältnis festlegen. Wir haben dann die Guidance-Scale, auch vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt, aus anderen Image-Guides. Das bedeutet einfach, wie sehr sich die AI an das Prompt hält. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel ganz hoch setze, dann wäre es wahrscheinlich relativ nah an meiner Beschreibung, ganz niedrig. Dann kann die KI schon relativ kreativ sein. Ich würde das für den Anfang zunächst mal einfach beim Standardwert belassen. ControlNet bezieht sich nur darauf, wenn wir eben auf Grundlage von anderen Images, also von anderen Bildern etwas erzeugen. Das können wir hier auch tun, indem wir ein Bild hochladen. Wollen wir in diesem Video jetzt mal nicht darauf eingehen. Und dann haben wir hier noch eine Tiling-Option. Das ist relativ interessant, wenn man mit Leonardo AI zum Beispiel Game Assets definieren will, wie Hintergründe für so Pixel-Spiele. Dann kann man damit festlegen, dass man die eben schön nahtlos aneinander anfügen kann. Auch eine relativ interessante Option, aber vielleicht für viele jetzt nicht besonders relevant. Aber sei hier an dieser Stelle mal erwähnt. Wir haben jetzt eigentlich alles soweit eingestellt, wie wir das möchten. Und dann kann ich einfach mal sagen, okay, ich brauche jetzt zwei Tokens. Ich möchte zwei Bilder generieren. Dann machen wir das mal. Das Ganze kann ein bisschen dauern, aber wir sollten bald unsere Ergebnisse sehen. Wir haben unsere Ergebnisse bekommen und das sieht an sich schon gar nicht so schlecht aus. Vielleicht war der Prompt tatsächlich ein bisschen kompliziert mit diesem Near the Ocean. Wir sehen hier bei unserem zweiten Bild zum Beispiel, dass der Porsche tatsächlich im Wasser steht. Aber wir können den komplett gleichen Prompt auch zum Beispiel nochmal mit einem anderen Modell testen. Denn ich kann hier einfach im Dropdown andere Modelle auswählen. Ich könnte zum Beispiel sagen, wir nehmen mal Leonardo Diffusion, also dieses relativ bekannte oder beliebte Modell. Und dann probieren wir das einfach nochmal und schauen, was wir für einen Unterschied haben. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel auch dieses andere Modell, hat andere Kosten. Gerade eben haben wir zwei Tokens bezahlt für unsere zwei Bilder. Wir haben immer noch zwei Bilder ausgewählt. Mit diesem Modell kostet uns das Ganze allerdings jetzt vier Tokens. Können wir aber trotzdem einfach mal machen und ausprobieren und schauen, was wir hier für ein Ergebnis bekommen. Und das ist doch schon etwas, was deutlich interessanter aussieht. Natürlich ist das jetzt kein besonders echt aussehender Porsche, aber wir haben gerade, finde ich, bei diesem ersten Bild zum Beispiel schon ein relativ cooles Bild, was man sich eigentlich gut auch so ein bisschen als Poster vorstellen kann. Es gibt immer noch kleine Details, die natürlich nicht wirklich ideal sind. Also die Straße hier sieht teilweise ein bisschen merkwürdig aus, auch das Heck vom Auto. Aber für eine erste Generierung eines doch, finde ich, relativ komplizierten Prompts, also nicht so dieses 0815 Porträtbild von irgendjemand, auf jeden Fall sehr interessant. Man hat dann eigentlich die üblichen Optionen, die man meistens bei dieser Bildbearbeitung hat. Also wenn ich mich mit der Maus über das Bild hier bewege, bekomme ich das Overlay. Ich kann das Bild direkt herunterladen. Ich kann diese Unzoom-Funktion benutzen. Ich sehe, das kostet fünf Tokens in diesem Fall. Unzoom bedeutet einfach, dass der Rand ergänzt wird, dass wir also einfach ein größeres Bild schaffen können. Wir können das Ganze einmal ausprobieren, indem wir das kurz anklicken. Dann sieht man vielleicht auch ein bisschen, was damit gemeint ist. Erstmal sieht es aus, als wäre nicht viel passiert. Ich kann dann aber auf diesen Button hier klicken, also Unzoom-Image anschauen und ich sehe einfach, dass hier am Rand Dinge ergänzt worden sind. Das ist jetzt natürlich nicht besonders passend, sage ich jetzt mal vielleicht, und wir konnten nicht wirklich angeben, was wir ergänzen wollen. Aber die Option besteht einfach an dieser Stelle gut zu erwähnen. Wir haben hier dann auch noch die Möglichkeit, den Hintergrund zu entfernen. Und wir können mit diesen drei Optionen hier unser Bild hochskalieren. Dabei haben wir als erstes das kreative Upscaling, das der Standard eigentlich war. Damit können wir das Bild vergrößern und es können sich aber Details am Bild verändern. Alternativ dazu kann man dieses alternative Modell hier verwenden. Hier kann es sein, wenn wir also beim normalen Upscaling einfach Details verlieren, dann können wir stattdessen das verwenden. Und wir haben hier noch etwas Experimentelles, nämlich HD Upscale. Und wir sehen schon in der Beschreibung hier, das scheint mit vielen Bildern gut zu funktionieren und mit anderen ganz schlecht. Wir haben hier dann die Möglichkeit, das Bild zu löschen, ganz rechts. Und hier können wir das Ganze für Image-to-Image verwenden. Also wenn ich das als Ausgang verwenden möchte, statt einem Text-Prompt zum Beispiel. Und hier die Möglichkeit, Edit in Canvas auszuwählen. Und Canvas ist eine weitere Funktion von Leonardo AI, die wir von Midjourney so direkt jetzt nicht kennen. Aber wer DALI schon verwendet hat, der wird das Ganze schon einmal gesehen haben. Ich klicke das dementsprechend einmal an und wir sehen, dass wir unser Bild jetzt in eine Art Editor geladen bekommen. Und hier können wir einfach weitere Dinge mit diesem Bild machen. Wir können hier bestimmte Bereiche auswählen. Wir können weitere Befehle eingeben. Auch negative Prompts können wir hier verwenden. Wir können Dinge löschen mit dem Radierer oder Masken einzeichnen. Das Ganze kann man hier dann relativ intuitiv verwenden. Auch hier kosten viele Operationen Tokens. Das steht allerdings immer dran. Und wir können zu diesem Editor auch immer kommen. Ich gehe hier noch einmal zurück. Bestätige, dass ich nichts speichern möchte. Wenn ich hier AI Canvas auswähle. Wenn ich hier einfach mal draufklicke, dann sehen wir, kommen wir wieder zu unserem Editor. Aktuell ist noch hier unser letztes Bild reingeladen. Wir können hier aber natürlich auch ganz andere Bilder hineinladen. Hier haben wir dann die Möglichkeit, in der Regel zwischen Stability Fusion 1.5 und 2.1 auszuwählen. Und damit einfach unser Bild weiter bearbeiten. Wir haben am Beginn des Videos schon gesagt, dass wir hier bei Leonardo auch eigene Modelle trainieren können. Und das finden wir, wenn wir auf der Homepage sind, hier in unserer linken Spalte unter Training und Datasets und Fine-Tuned Models. Wenn ich das hier einmal anklicke, Training und Datasets, dann kann ich hier ein neues Dataset erstellen. Und so mir ein eigenes Modell trainieren. Wir haben es ja am Anfang schon gesehen, unter Home hier, dass wir verschiedene Modelle haben, die unter anderem, wie unser Vintage-Style-Photography-Model, nicht alle von Leonardo selbst sind, sondern teilweise von Nutzern erstellt. Ich habe euch in der Videobeschreibung hier verlinkt, wie man das Ganze machen kann. Es gibt einen Support-Artikel von Leonardo AI dazu. Wenn dich das ganz speziell interessiert, dann schreib es mir doch in die Kommentare. Dann könnte man überlegen, ob man da auch nochmal ein Video dazu macht. Im Prinzip ist in dem Support-Artikel allerdings alles ganz gut erklärt. Wenn ich hier auf Fine-Tuned Models klicke, dann bekomme ich einfach eine Liste mit allen diesen Modellen. Ich kann das Ganze durchsuchen. Ich kann zum Beispiel einfach nur nach Community Models suchen, also nur nach Modellen, die von der Community von einzelnen Usern erstellt worden sind. Und kann einfach schauen, ob hier etwas mit dabei ist, was mir gut passt. Ich kann mir jedes dieser Modelle auch speichern in meine Favoriten. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe hier ein relativ spezielles Modell, Battle Access heißt das, das einfach gut dazu ist, diese spezielle Art von Bild zu erzeugen. Dann kann ich hier einmal auf das Bookmark-Eigene klicken und dann wird das Ganze in meine Favorite Models hier gespeichert. Und ich kann einfach und schnell immer darauf zugreifen. Einen Punkt haben wir jetzt relativ neu gerade in Leonardo AI zu diesem Zeitpunkt, an dem ich das Video aufnehme. Das ist Texture Generation, wenn ich das hier einmal anklicke, dann kann ich sehen, dass ich hier 3D-Texturen erzeugen kann. Auch das wollen wir in diesem Video jetzt allerdings nicht mehr machen. Hier kann man einfach Dinge hochladen und dann versuchen, mithilfe von Leonardo 3D-Texturen daraus zu erzeugen. Sicher auch gerade im Bereich Game Development eine sehr interessante Möglichkeit, habe ich allerdings selbst auch noch nicht ausprobiert. Nur erwähnen wollte ich kurz, dass das hier eben gerade getestet wird. Wir haben mit Leonardo also wirklich einen sehr umfangreichen Editor und gerade eben sehr interessant für alle, die sich mit diesem Discord-Thema von Midjourney nicht auseinandersetzen möchten. Und wie gesagt, mit dem Bonus, dass wir hier immer unsere 150 Tokens jeden Tag bekommen und diese einfach auch verarbeiten und nutzen können. Begonnen hat das Ganze damals mit 250 Tokens, wurde schon ein bisschen runtergesetzt. Aber Stand jetzt ist es eben noch so, dass wir diese 150 jeden Tag bekommen und damit können wir schon ziemlich viel machen. Das war unsere kurze Einführung in die Bild-KI Leonardo. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, freue ich mich sehr über ein Like und einen netten Kommentar. Wie findest du die App? Ist es für dich eine echte Alternative, auch nach den beeindruckenden Bildern, von Midjourney Version 5? Oder nimmst du für diese noch besseren Bilder das Discord-Chaos dann doch in Kauf? Wenn du mehr solcher Videos sehen willst und alle Neuigkeiten und Tutorials zu KI auf keinen Fall mehr verpassen, dann solltest du uns definitiv abonnieren und mal auf unserem Kanal vorbeischauen. Es gibt jede Woche neue Videos zu allen möglichen Themen rund um KI, Technik und Digitales. Also, wenn du magst, bis zum nächsten Mal.